Hallo, mein Name ist Tino Oak, ich komme aus Deutschland und ich befinde mich hier in den Indicative Tonstudios in Bruchsal. Ich bin ein ganz großer Fan vom JZ Black Hole. Das ist eines meiner Lieblingsmikrofone, meiner großen Mikrofonsammlung. Und ich recorde mit diesem Mikrofon Female Vocals, Male Vocals, Acoustic Guitars. Ich recorde Bass, ich recorde Snares, Overheads. Und ich recorde das Mikrofon meistens ohne EQ und ohne Kompression. Es war sehr verwunderlich, weil ich kein einziges Mikrofon kenne, das ohne EQ und ohne Kompression auskommt. Und deshalb ist für mich das ein ganz, ganz wunderbares Studiotool. Also wer auf der Suche ist nach einem ganz interessanten und sehr außergewöhnlichen Mikrofon, da sollst du das JZ Black Hole Multipattern kaufen. Und er ist sehr, sehr gut bedient damit. Ich wünsche euch noch viel Erfolg und viel Spaß. Das war Tino Oak aus Deutschland. Peace.